Musik Give a warm work applaus Einen warmen Applaus für Stefan Verbücheln Er ist ein Kryptologe und Sicherheitsanalytiker oder Analyst und er erzählt über Wallet Security. Ich bin sehr beeindruckt. Hallo, können mich alle hören? Okay. Ich bin Stefan und ich werde über Wallet Security, also Wallet Sicherheit reden. Zunächst etwas Hintergrund, worüber ich arbeite. Ich bin ein Diplom-Informatiker, Vorläufer des Masters. Ich arbeite als Sicherheitsberater in der Schweiz. Ich habe Forschung gemacht über Bitcoin und Blockchains, über Nullwissenbeweise und ZeroCoin, ein Vorvorgänger von Zcash, von dem ihr vielleicht gehört habt. Ich habe über ECDSA geforscht im Kontext von Bitcoin. Das ist auch ein Thema dieses Talks. Einige Monate habe ich auch gearbeitet an meinem eigenen Blockchain-Projekt. Das ist allerdings gescheitert. Später habe ich als Consultant gearbeitet für ein anderes Blockchain-Projekt, das letzten Monat veröffentlicht wurde. Und ich habe auch Wallet Securities beurteilt für viele Leute, die ihre eigenen Wallets besuchen wollten, also Projekte und eine Review haben wollten. Also dieser Talk hat fünf Punkte. Zunächst mal eine kurze Rückschau auf Bitcoin und ECDSA, damit wir die Grundlagen haben, um das zu verstehen. Dann reden wir über Wallets. Was ist ein Wallet? Dann schauen wir uns übliche Angriffe an, die in den letzten Jahren gefunden wurden. Und dann über einen besser ausgearbeiteten Attack, kleptografische Attacken und dann haben wir noch Schlussfolgerungen. Also, ich denke, alle habt inzwischen über Bitcoin gehört und bei diesem Talk werde ich über Bitcoin reden, aber es geht im Grunde über jede Kryptowährung. Ich werde einfach Bitcoin als Beispiel verwenden, dass wir bestimmte Parameter festsetzen können. Also, Bitcoin ist, was wir wissen müssen, ist ein öffentliches Notizblockbuch, ein Logbuch, wo also Leute mit öffentlich-privaten Schlüsseln zugreifen können. Die Transaktionen sind mit privaten Schlüsseln designiert und werden dann auf der Blockchain veröffentlicht. Das arbeitet so, wir haben Alice, Bob und Carol und Alice möchte eine Bob an Carol schicken. Dann erzeugt Alice eine Transaktionsnachricht und verbreitet diese. Dann die Miners sammeln diese Nachricht und schreiben sie auf die Blockchain. Bob wartet, bis die Transaktion in der Blockchain veröffentlicht ist. Das Erzeugen der Transaktion besteht aus den folgenden Schritten. Alice sucht zunächst mal aus, was sie übertragen möchte, eine Münze. Dann schreibt sie eine Transaktion, die Bobs Adresse enthält und unterschreibt dies mit ihrem privaten Schlüssel. Und was für uns wichtig ist, das sind im Wesentlichen zwei Dinge. Es gibt öffentliche und private Schlüssel, die für Unterschriften hier benutzt werden. Alle Unterschriften sind dann, also kryptografische Unterschriften sind in der Blockchain produziert. Der Unterschrift zu Signaturalgorithmus, der in der Blockchain und in den meisten anderen benutzt wird, ist ECDSA. Die meisten von euch haben davon wahrscheinlich gehört, aber kurz noch eine Rückschau darauf. Was ist das und wie es funktioniert? Die Abkürzung steht für elliptische Kurven, elliptische Kurven, digitale Unterschriften oder digitale Literaturalgorithmus als eine Weiterentwicklung von verwandten Algorithmen. Und ich glaube, wir alle haben über den Diffie-Hermann-Schlüsselaustausch gehört, was so ungefähr das erste öffentlich-private Schlüsselverfahren war. Das ist basiert auf dem diskreten Logarithmus Modulo P. Dann hat Herr L. Gamal, der auch FSL erfunden hat, hat die L. Gamal-Signatur erfunden. Herr Schnorr, Professor Schnorr aus Frankfurt, hat die Schnorr-Signatur effizienter gemacht. Und die amerikanische Regierung hat den Schnorr-Algorithmus genommen und daraus den digitalen Signatur-Algorithmus DSA gemacht, der eine standardisierte Version des Schnorr-Algorithmus ist. Dort wird auch standardisiert, dass SHA als Hash-Funktion benutzt wird. IC-DSA ist derselbe Algorithmus wie DSA, aber aufgebaut auf elliptischen Kurven anstelle von diskreten Logarithmen. Was ist also eine elliptische Kurve? Und warum benutzen wir überhaupt zunächst elliptische Kurven? Das Problem mit dem alten Algorithmus, den Algorithmen wie RSA und DH, Diffie-Hermann, aber auch DSA, was damit verwandt ist, ist, leider haben diese Algorithmen keine Zukunft, denn die Schlüsse sind ziemlich groß. Der Algorithmus wird dann ziemlich ineffizient und wenn wir die Schlüsselgröße vergrößern, bekommen wir erstens nicht sehr viel mehr Sicherheit. Wenn wir 2048-Bit-RSA-Schlüssel haben und 4096-Bit-RSA-Schlüssel, dann haben wir nicht die doppelte Sicherheit, sondern nur ein wenig mehr Sicherheit. Also wir würden wirklich sehr gerne die doppelt große Sicherheit haben, weil für RSA oder Diffie-Hermann müssten wir dann 15.000 Bits einsetzen und das ist natürlich sehr ineffizient. Also elliptische Kurven sind eine Lösung, die jetzt viel genutzt wird für so etwas, um mehr Effizienz zu erreichen. Was ist also eine elliptische Kurve? Das sind Kurven, die über eine Gleichung definiert sind mit y² ist gleich x hoch 3 plus ax plus b. Und die Elemente, über die wir hier reden im Algorithmus, sind Punkte auf dieser Kurve, sodass wir können eine Kurve hier im Diagramm als Beispiel sehen. Und diese Kurve hat die Eigenschaft, dass, wenn man eine gerade Linie zeichnet, die diese Kurve schneidet, dann schneidet sie diese Kurve nur maximal dreimal. Und basierend darauf definieren wir eine Operation, zum Beispiel eine Verknüpfung, zum Beispiel wir können Punkte dividieren, durcheinander sozusagen, die Punkte p und q, die wir hier sehen. Wir können eine Addition definieren. Und können sagen, p und q und r sind neutral zusammengenommen, weil sie auf einer geraten Linie liegen. So, dass wir also sagen, p plus q ist minus r, minus r ist dann das Gegenstück zu r auf der gegenüberliegenden Seite. Und was wir hier auf der anderen Seite sehen, ist, dass wir versuchen, einen Punkt zu sich selbst zu addieren. Und dazu tragen wir die Tangente zu diesem Punkt auf an der Kurve. Diese Tangente wird die Kurve an einem anderen Punkt schneiden und das Inverse, der Inversepunkt dazu, ist dann das Ergebnis. Wenn wir also q, q mit sich selbst, zu sich selbst hinzuzählen wollen, dann haben wir als Ergebnis minus p. Und damit haben wir eine Methode, um Punkte zu sich selbst zu addieren. Und dies können wir hochskalieren. Wir können also q, q zu sich selbst addieren und noch einmal, dann haben wir also drei- oder viermal q. Und diese Operation, diese Verknüpfung hat schöne Eigenschaften, denn die Multiplikation eines Punktes mit einer Zahl ist einfach, aber die Inverse-Operation ist sehr schwer zu berechnen. Dies ist also die Operation, auf der der ganze Algorithmus dann basiert. Wie werden Signaturen mit ICDS-R generiert? Wir haben zunächst einen Punkt G, ein fixierter Punkt, der mit Bitcoin zum Beispiel schon definiert ist, als ein bestimmter Punkt. Dieser Punkt hat den Grad N, was heißt, dass er, wenn er N mal mit sich selbst addiert wird, auf denselben Punkt zurückführt. Wir haben auch eine Hasch-Funktion H, Schal 256 im Fall von Bitcoin, und wir haben einen privaten Schlüssel D, eine Zahl. Also alle kleinen Buchstaben hier sind Zahlen. Wir haben auch einen öffentlichen Schlüssel, das ist der Punkt Q, den man erhält, wenn man G mit der Zahl D multipliziert. Um also eine Signatur zu generieren, müssen wir uns eine Zufallszahl aussuchen, K. Diese Zahl ist ja auch in Rot hervorgehoben. Wir werden später sehen, dass die roten Zahlen geheim gehalten werden müssen. Wir berechnen einen Punkt A durch Multiplikation des Generator-Punktes G mit K, das ist dann R, Entschuldigung, und so bekommen wir eine Zahl R und berechnen dann die Formel in der vierten Zeile. Es ist nicht sehr wichtig zu verstehen, wie das genau funktioniert, aber wir müssen sehen, welche Werte hier geheim und welche veröffentlicht werden können. Und dann geben wir R und S zurück, und damit haben wir dann die Signatur für diesen Algorithmus. Und um dies zu prüfen, müssen wir die folgende Formel ausrechnen. Wieder ist es nicht wichtig, nicht wichtig direkt zu sehen, dass das funktioniert, aber ihr seht, wie das definiert ist. Was wichtig ist, ist, dass für die Überprüfung nicht das geheimes K bekannt sein muss, und man muss auch nicht den privaten Schlüssel wissen, natürlich nicht. Aber der öffentliche Schlüssel wird hier eingesetzt, Q. Dieser Algorithmus hat also eine Eigenschaft, die bereits mit dem ersten Papier über diesen Algorithmus veröffentlicht wurde. Die Zufallszahl K muss geheim gehalten werden, denn wenn sie bekannt würde, dann kann man die Parameter benutzen in der Signatur, um den privaten Schlüssel auszurechnen. Also die Zufallszahl K zu stehlen in einer Signatur ist also gleichbedeutend mit dem Stehlen des privaten Schlüssels. Das ist bekannt und das wird später wichtig werden. Jetzt reden wir darüber, was ein Wallet ist. Bitcoin, basically in Bitcoin you have a private key and a public key and a private key is used to spend bitcoins. So if someone gets access to your private key, he will be able to spend your bitcoin, so you will want to protect your private key. And the software that you use to manage your private keys is called Wallets. So there are different types of Wallets that you can distinguish. So the simplest type is Software Wallets. You just have a software that generates your keys and stores your keys in a file, potentially protected with a password. A Software Wallet is easy to use. It can be used on a desktop, on a laptop, on a phone, on a server, if you have an online shop. It's flexible, you can modify it, you can update it. But it has the problem that the keys are on the machine, where a lot of things are working. So if you have, for example, malware on the machine, it can be stolen. Then you have Hardware Wallets. Yesterday there was another talk about Hardware Wallets. So Hardware Wallets are dedicated devices, for example USB devices, on an offline laptop, that are used to manage your keys. So the advantage of it is that you don't have the keys on a host, where malware, for example, could steal the keys. You have them on a separate device. One problem with Hardware Wallets is, if you have a small device with only two buttons, you need to make sure that you're actually signing what you think you're signing, but then you have a problem. And the new Wallets are quite large displays, where they show the transaction that they are signing. So this is quite a solved problem. There's actually a third type of Wallet, which I put together as a paper wallet, so you can print out your key on paper, put it in a safe, and nobody will be able to steal it. But of course you will not be able to use it until you enter your key from your paper wallet into a computer, because you don't want to do the computations by hand. So Hardware Wallets have another, so there's another distinction that you can do, different from Hardware Wallets and Software Wallets. You can use crypto hardware, for example every smartphone nowadays, for example the iPhone has a little chip that's used to manage keys. So you can have a chip that generates keys over your import keys, and the chip does not allow you to export keys, so you can be sure that the key will never lose the device, never leave the device. And all the signatures are performed inside the module, so you really don't need to see the key, you only need to ask the module to sign something for you. These kind of hardware key soldiers are quite advanced nowadays, they were used in chip cards for decades, they are used in the iPhone, they are one of the reasons why the FBI can't break the iPhone. But there's one note to make, it's important to have access control to this hardware key store, because for example if you have a jail-baked iPhone, then your jail-baked iPhone can always pretend to be the app, that's privileged to use the key, so root access always allows you to use the key, that was also exploited in the talk yesterday for the Ledger wallet. Once you control the main CPU, and once you root your own firmware, you can use your own firmware to access the keys. You cannot read them, but you can use them. And there are some more downsides. If you have a bug in your hardware key module, you cannot fix it. There was a famous case last year, my work laptop was actually affected. There was an Infineon chip, I think, where they had a bad random number generator, and it turned out that chip was used in many products. It was used in the YubiKey device, I think, and it was also used in many HP laptops. It was also used for disk encryption by Windows. And the second downside is that the implementation cannot be validated by the user. If you have your own computer, where you have some understanding, what's running, what's not running, you can always look at the source code, compile it yourself, and you have some idea what the wallet is doing. If you have just a little token that you plug in by USB, then you don't actually know what it is doing. And that will be important later on for our tech. So some examples. On servers, you have HSMs. They are sometimes not really used to protect keys, but also to increase performance. If a server does a lot of encryption, it's better to have a hardware module, but those hardware modules typically are still keys. And then you have TPM chips in business laptops, and you have smartphones, not the iPhone. Yes. So what are common problems and attacks that we've seen with wallets so far in the last years? So the most obvious attack is the keys are stolen by a network. Someone has a software wallet on its Windows machine. He installs some malware by accident, by clicking on some email link. The malware can steal the keys. So another kind of attack is if you have unsecured storage, for example, if you have a phone where you store your Bitcoins and it's stolen and the phone is not encrypted and the wallet is not encrypted. So you can steal the keys and steal your Bitcoins. And then you have a third kind of attack where you have bad random numbers or predictable random numbers. That happens a lot in bad wallet. Das sind halt schlechte Zufallzahlen. Wir nehmen also etwa den Fall von einem schlechten Browser, der schlechte Zufallzahlen generiert und dann kann man plötzlich diese Zufallzahlen vielleicht raten. Also können sie auch, wie ich gerade beschrieben hatte, den Schlüssel raten. And one more interesting thing is that it's not only important that you keep your NONGS-K secret, it's also important that you use it only once. Wenn man sie zweimal benutzt, kann die Angreiferin auch diesen privaten Schlüssel ausrechnen, ohne dass sie dieses K kennt. Und bei Bitcoin ist das alles publiziert auf der Blockchain. Also kann man versuchen zu scannen nach zweifacher Verwendung von Blocker-Zufallzahlen. Also würden die Bitcoins innerhalb von einer Stunde wahrscheinlich gestohlen, wenn man das tut, denn irgendwer scannt das immer. In den frühen Tagen von Bitcoin ist das viel passiert. Jetzt wollen wir dann über etwas fortgeschrittenere Attacken reden, also ein Vector in einen Zufallszahlen-Generator. Hier sind es also nicht nur schlechte Zufallszahlen-Generatoren, sondern vorsätzliche Angriffe. Ein Beispiel ist hier ein Doppel-EC-Generator. Der war von der Regierung, wahrscheinlich der amerikanischen Regierung, extra dafür zugelassen. Und hier waren ein paar absichtlich schlecht gewählte, oder vermutlich schlecht gewählte Parameter. Und sie konnten auch nicht erklären, warum sie diese gewählt hatten. Und es gab auch keinen Grund, diese schlecht zu wählen. Und daher ist die Vermutung, dass sie absichtlich schlecht gewählt wurden. Und als Edward Snowden seine Enthüllungen machte, war da einige Dokumentation darüber, dass es tatsächlich absichtlich schlecht gewählt war. Also was könnte ein Angreifer hier mit dieser Information oder mit diesem schlechten Zufallszahlen-Generator oder diesem Zufallszahlen-Generator mit einer Vector machen? Jedes Mal, wenn eine Überweisung stattfinden soll, muss eine einmalige Zufallszahl k generiert werden. Und wenn hier eine solche Vector in einem Zufallszahlen-Generator verwendet wird, dann kann der Angreifer nach gezielten Eigenschaften auf der Ledger oder in der Blockchain suchen. Und wenn er nun eine solche Überweisung eines Ziels findet, dann kann er die Backdoor nutzen, um den geheimen Schlüssel D zu errechnen. Wir werden jetzt über Kleptogramme reden. Kleptogramme wurden erstmals bei Adam Young und Mutti Jung in 1997 eingeführt. Früher war das noch auf dem klassischen DSA, also eher auf dem klassischen DSA angesiedelt. Und das wurde dann später natürlich erweitert auf die elliptischen Kurven. Die Notation hier ist, dass kleingeschriebene Buchstaben wieder für Zahlen stehen. Große Buchstaben sind für Punkte auf Kurven, auf dieser elliptischen Kurve. Griechische Buchstaben sind konstanten. Und diese altdeutsch oder in der seltsamen Fraktur geschriebenen Buchstaben sind ein Zufallszahlengenerator. Und wir gehen davon aus, dass das hier wirklich gute Zufallszahlen sind. Wenn man dann zwei Zahlen K1 und K2 erzeugen möchte und die als Nons benutzen möchte und die dann später auch so wählen wollen, dass der Angreifer das später verwenden kann, um den privaten Schlüssel zu rechnen. Man nimmt die erste Zahl K1 wirklich Zufall. Man speichert sich K1 und man kann K1 dann auch in die Wallet speichern und die Wallet wird K1 und R1 verwenden. R1 ist der Punkt, der entsteht, wenn man den Punkt G, der vordefiniert ist, im Protokoll mit K1 multipliziert. R1 ist dann Teil der Signatur und wird in der Blockchain veröffentlicht. In der zweiten Runde berechnet man K2 mit dem Zufallszahlengenerator aus R1. Also R1 wird als Input für den Zufallszahlengenerator verwendet. Das ist dann ein Pseudo-Zufallszahlengenerator, kein wirklicher Zufall mehr. Und dann kann man K2 und R2 ausgeben. R2 wird hier synonym zu Schritt 1 verwendet oder errechnet mit K2 mal G, dem vordefinierten Punkt aus dem Protokoll. Wenn der Angreifer nun K2 wissen will, dann kann er die Blockchain nach allen Werten von R1 scannen. Die sind alle veröffentlicht. Und dann kann er K2 verwenden, indem er den Zufallszahlengenerator verwenden, um dann den privaten Schlüssel zu errechnen. Aber hier gibt es zwei Probleme. Jeder kann diesen Zufallszahlengenerator verwenden. Also jeder kann das errechnen. Also wie kann man jetzt diesen Angriff verstecken? Um den Angriff zu verstecken, muss der Angreifer seinen eigenen privaten Schlüssel erzeugen und den eigenen öffentlichen Schlüssel. Der Zufallszahlengenerator ist der gleiche wie vorher. Und jetzt erzeugen wir wieder K1 und K2, aber leicht unterschiedlich im vorherigen Fall. K1 ist komplett analog zum ersten Fall. Also er ist wieder erzeugt und gespeichert und wird benutzt, um R1 zu berechnen, also um die Signatur zu erzeugen. Aber in der zweiten Runde nutzen wir ein zufälliges Bit T und berechnen dann einen Wert Z, um die hier angegebene Formel in Schritt 2 der zweiten Runde zu benutzen. Der wesentliche Punkt in dieser Berechnung ist, dass der öffentliche Schlüssel vom Ziel hier verwendet wird. Das ist Groß A. Und der zweite Nonskart 2 wird mit dem Zufallszahlengenerator auf diesen berechneten Wert Z erstellt. Und das wird dann für die zweite Signatur verwendet. Und hier kommt nochmal die zweite Runde. Was jetzt passiert, ist, dass der Angreifer den zweiten Wert extrahieren kann, indem er die folgende Rechnung macht. Er benutzt seinen privaten Schlüssel A. Es gibt zwei Fälle, also zwei Kandidaten für K2. Und man weiß vorher nicht genau, welches der richtige ist, aber er unterscheidet sich nicht stark, beziehungsweise es sind nur zwei Werte, also kann man es einfach ausprobieren. Und weil niemand anders den privaten Schlüssel A hat, kann niemand anders diese Berechnung durchführen. Und weil man den Zufallszahlengenerator R hat, weiß man, dass der Wert der Wert für also der Wert für K2 ist nicht zu unterscheiden von einem echt zufälligen Wert. Also wie nutzen wir das jetzt als eine Attacke auf eine Wallet? Der Angreifer kann Folgendes tun. Er benutzt einfach eine beliebte Wallet oder er kann auch seine eigene erzeugen und das im Internet verbreiten, damit Menschen es benutzen können. Und dann muss er eigentlich nur Geduld haben. Er muss warten, dass ein Nutzer eine Transaktion mit seiner Wallet durchführt. Und indem er das tut, wird der Nutzer selber nicht nur seine Transaktion veröffentlichen, sondern auch unwissentlich seinen privaten Schlüssel. Der Angreifer kann damit die Blockchain scannen und er scannt einfach nach einer Signatur, die den gleichen Schlüssel benutzt hat und danach kann er seine Berechnung durchführen, um den Schlüssel herzuleiten. Da gibt es noch eine Fußnote dazu. Die Ernte muss nicht unbedingt nach der Geduldphase sein, weil selbst nachdem der Angreifer die Bitcoin gestohlen hat, kann man das nicht nachweisen. Also er wird nicht veröffentlichen, dass eine Attacke überhaupt stattgefunden hat. Also einige Eigenschaften dieses Angriffs. Es gibt ein paar Einschränkungen. Der Angriff kann nur verwendet werden, wenn der User den selben Schlüssel zweimal verwendet für Transaktionen. Aber das ist normalerweise der Fall. Bei Bitcoin benutzt man seinen Schlüssel mehrmals. Manchmal benutzt man sogar den gleichen Schlüssel für eine gleiche Transaktion mehrmals. Also kann manchmal eine Transaktion sogar genug sein, um den Schlüssel zu leaken. Und es gibt hier noch eine Fußnote, weil es einen Standard gibt, der heißt BIP42. Der benutzt wird um mehrere Schlüssel in Bitcoin aus einem Samen oder Seed zu erzeugen. Und das bedeutet, dass wenn der Angreifer auch nur einen Schlüssel bekommt, dann kann es unter Umständen möglich sein, dass er mehrere oder auch zukünftige private Schlüssel sogar aus diesem Seed wieder erzeugen kann. Und dieser Angriff ist unabhängig davon, wie Bitcoin funktioniert, unabhängig vom Mining. Und das ist damit auch zutreffend für andere Blockchain-Coin-Systems, also für andere Cryptocurrencies. Also es funktioniert auch bei anderen Protokollen, die überhaupt nichts mit Bitcoin zu tun haben. Hier ist es einfacher, weil das Protokoll schon alles Mögliche definiert, die Kurve und sehr viele Werte. Und dadurch, dass sehr viel schon im Protokoll festgelegt ist, weiß der Angreifer automatisch, welche Kurve benutzt wird und wo genau das Geheimnis versteckt werden muss. Was sind also die Schlussfolgerungen? Was bedeutet das für die Benutzerinnen und Benutzer? Es heißt, dass Keys durch Transaktionen öffentlich werden können. Man braucht keinen Seitenkanal, man braucht keine Trafikanalyse, Gefährdektsanalyse. Nein, kein Seitenkanal wird gebraucht und auch Verkehrsanalyse kann das nicht entdecken, aufdecken. Was heißt dies nun, was müssen Nutzerinnen und Nutzer tun? Man muss zunächst mal sich vorsehen, keine unvertrauensunwürdigen Wallets verwenden. Benutze die Schlüssel in isolierten Umgebungen und für einige Anwendungen ist es vielleicht wichtiger, Transparenz zu haben. Also es wird sein, dass man weiß, was das Wallet tut, also ein Software Wallet statt eines Hardware Wallets, das vielleicht sicher ist, aber bei dem man nicht genau weiß, was passiert. Ja, das ist es. Vielen Dank. Es gibt zwei Mikrofone, Nummer eins und zwei. Wenn es Fragen gibt, bitte geht zu den Mikrofonen. Wenn ihr den Raum verlasst, tut das bitte nicht vor der Kamera. So, Mikrofon zwei, deine Frage. Hi. Du hast gesagt, du könntest mehrere private Schlüssel generieren, wenn einer gelegt wird. Soweit ich das verstehe, geht das nicht, wenn es nicht der Master Private Key ist. Könntest du ausführen? Ich habe nur über abgeleitete Schlüssel allgemein geredet. Das ist nicht so einfach. Deswegen habe ich das auch nicht in die Folien aufgenommen. Es hängt von dem Schema, das man zur Ableitung der Schlüssel benutzt. Aber abhängig von diesem Schema muss man sich erinnern, dass ein Geheimnis vielleicht Information ist, um andere Geheimnisse abzuleiten. Mikro eins. Hi. Ich hätte gerne ein bisschen praktischen Rat von dir. Gegeben, dass man was davon wissen möchte, was der Quellcode von der Wallet wäre. Was meinst du, was wäre eine gute Alternative Software-Wallets mit einmal einem R-Gap dazwischen? Ja, das Ding ist, es ist besser, ein Wallet zu haben, dass man unsere Kontrolle hat, von dem man weiß, was es tut. Denn selbst wenn man R-Gap hat, dann hat man doch einen Punkt, wo die Transaktion von dem Wallet in das Netzwerk übertragen wird. Und wenn das Geheimnis in der Transaktion drin steckt, dann hilft der R-Gap überhaupt nichts. Das ist der Punkt. Mikro zwei, das ist eine andere Frage. Mikro eins. Wenn ich dich richtig verstehe, macht das die starke Annahme, dass der Zufallsgenerator den zweiten Punkt generiert mit dem Punkt aus dem ersten Schritt. Ja. Man könnte das durchaus auch anders machen. Normalerweise, es gibt zwei verschiedene, es gibt verschiedene Wege, um diesen Nonz, dieses Zufallszahlk zu erzeugen. Normalerweise ist es Teil des, im DSA-Regierungsstandard ist es so, dass es einem Zufallszahl, das ist ein Pseudo-Zufallszahlengenerator ist oder ein Zufallszahlengenerator. Aber dieses Wallet hier generiert, das auf einem anderen Weg bricht, also dieses Protokoll sozusagen verändert ist. Und es gibt nun Ideen, also zum Beispiel, was ihr hier auf dem Slide habt, das AFC 6979, enthält tatsächlich deterministische Nonz. Also die, man kann auch tatsächlich deterministische Nonz erzeugen, um dadurch Zufallszahlen vermeiden, aber ein bösartiges Wallet kann immer das Protokoll brechen, wenn es das Protokoll dann bricht, dann, ja. Hast du eine zweite Frage? Mikrofon zwei? Ja, Entschuldigung, wenn die Frage blöd ist, aber könntest du vielleicht zusammenfassen, wie der Angriffsvektor von Leuten aussehen, die im Allgemeinen Wallets benutzen? Welche Erlaubnisse braucht man? Und welche holt man sich dann? Der Angreifer hier ist auch der, ist der Autor des Wallets. Wenn also der Angreifer deinen Wallet nicht berührt, den Source Code oder die Firmware oder den Kryptochip, der vom Wallet verwendet wird, dann seid ihr sicher. Fragen aus dem Internet? Dann großen Applaus für Stefan. Und keep your keys. Bye. Und behalte ... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017